Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer Sondersendung von Kompakt TV. Der 29. August, am Reichstag, eine aufsehenerregende Aktion und hier im Studio sind zwei der wesentlichen Protagonisten. Tamara, berühmt geworden mit ihrer Rede und Gunnar von den Gelbwesten Berlin, die eine der beiden Demonstrationen an jedem Tag am Reichstag angemeldet haben. Tamara, wollen wir mit dir anfangen. Du bist ja in kurzer Frist sozusagen weltberühmt geworden, aber auch meist gehasst. Deine Rede gegen 19 Uhr vor dem Reichstag hier in unserer Sonderausgabe Tage der Freiheit haben wir sie dokumentiert, hat zum Begehen der Treppe geführt und man muss heute überall lesen, Tamara war eine V-Frau, weil sie hat diese ganze Sache, diesen schönen Tag sozusagen ruiniert. Und du sollst heute die Gelegenheit haben, deine Version dieses Tages zu erzählen. Bist du die V-Frau? Wie geht's dir? Tja, wie geht's mir? Vielleicht fange ich damit an, wie es mir geht. Nicht gut, tatsächlich. Die Medien haben mich einmal in der Luft aufgehangen und in kleine Schnipsel zerfetzt. Sie haben im Prinzip alles zerstört. Also ich muss da wegziehen. Das Dorf ist gegen mich. In der Eifel bist du zu Hause, ja. Genau, in der Eifel habe ich ein Haus zur Miete und ja, ich bin im Prinzip komplett zersetzt worden. Also es ist gar nichts mehr machbar in diesem Dorf nicht. Der Bürgermeister hat sich öffentlich gegen mich gestellt und ja, ich kann auch nicht mehr nach Hause zurück. Ich bekomme Morddrohungen per Brief nach Hause direkt in den Briefkasten. Ich bekomme Morddrohungen über SMS, über Telegram, über diverse andere Kanäle, über E-Mail, Anrufe. Ja, wie geht's mir sonst? Also im Moment stehe ich mit leeren Händen vor dem Nichts. Und der Geheimdienst, den du als V-Frau dienst, schützt dich nicht? Nein, also ich bin eigentlich, also ich habe tatsächlich, ich bin ja schon ein bisschen stolz. Ich habe jetzt alle Titel. Also ich bin Antifa, ich bin Neonazi, Nazi, Reichsbürger, V-Frau, Deep State-Agentin und das siebte war Agent Provokateur. Genau. Also im Grunde genommen habe ich jetzt wirklich alle Titel bekommen. Ich frage mich, wie man gleichzeitig Antifa und Reichsbürger sein kann. Aber gut. Was ich dazu sagen kann, ist, ich gehöre keinerlei Gruppierung an. Nichts, gar nichts. Ich bin ich. So. Und mehr kann ich da im Prinzip ja schon gar nichts zu sagen. Bleiben wir am 29. August, etwa 19 Uhr. Du gehst auf die Bühne und dann sagst du etwas völlig Irres. Nämlich Trump ist in der Stadt und wir müssen jetzt zeigen, dass wir souverän sind oder so ähnlich. Ja. Ich meine, du musst ja zugeben im Nachhinein. Das war irre. Ja, es war tatsächlich, also ich muss es zugeben, es war eine, ich bin einer Lüge aufgelaufen. Ich bin den ganzen Tag schon vorher von einem, der sich Marcel nennt. Ich weiß nicht, ob es sein richtiger Name ist. Er hat sich mir mit Marcel vorgestellt und tatsächlich war es so, er hat den ganzen Tag um uns herum gewuselt und hat geredet und erzählt. Und dann kam er irgendwann angelaufen und meinte, ich habe den Trump gerade in der Botschaft gesehen und ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Der ist stinksauer, dass hier nichts geht. Ihr habt noch eine halbe Stunde. Wenn das nicht, wenn da nicht was passiert ist, fährt der wieder und ist weg und alles ist vorbei und so weiter. Also hat eine sehr große Panik auch verbreitet. Ich bin leider auf diese Panik drauf reingefallen. Ich meine, man muss dazu bedenken, ich bin ein Landkind und Stadt ist sowieso sehr anstrengend für mich. Und ich liebe eigentlich Wald, Wiese und Felder. Und es waren wahnsinnig viele Menschen in Berlin. So die Stimmung war sehr aufgeheizt. Und man hat gemerkt, man sitzt eigentlich auf einem Pulverfass und diese ganze, dieses Adrenalin. Ja, wahnsinnig viele Menschenmengen überhaupt. Berlin, diese riesengroße Stadt. Irgendwann war einfach das Fass voll. Ja, und wenn dann noch jemand kommt und so eine Panik verbreitet. Ja, wir haben uns angeschaut und haben dann gesagt, ja, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass dieser Tag jetzt ohne irgendein schönes Bild für die Welt vorübergeht. Und dann... Das ist ja nochmal ein extra Ansatz. Also das eine ist jetzt auf diese Trump-Sache so ein bisschen reinzufallen. Ja. Und das andere ist die Intention, ein wirkmächtiges Bild zu erzeugen. Genau. Und da geht jetzt meine Frage an Gunnar. Also ihr wolltet an dem Tag den Reichstag besetzen oder nicht besetzen? Wir wollten ihn nicht besetzen. Also das, ähm... Wir wollten ein Bild nach außen hin erzeugen, dass die Welt sieht, wir Deutschen haben Eier in der Hose, um dann tatsächlich für unsere Freiheit einzustehen. Ja. Denn da auf die Treppen rauf zu gehen, braucht es schon eine Portion Mut. Weil... Ja, und wie sonst sollten denn diese Bilder denn dann entstehen, wenn nicht da vor dem Reichstag? Wir waren ja schon vor dem Reichstag. Na gut, ähm... Man könnte auch sagen, also ich, äh... Ich, ähm... Nenne euch mal eine Umfrage. Wir haben eine Umfrage gemacht auf dem Telegram-Kanal von Kompakt. Da haben wir ein paar tausend Leute teilgenommen. Und da haben wir gefragt, äh... Wie steht ihr zur Reichstagsaktion am 29.08? Ja. Mhm. Nur 6% haben gesagt, eine erfrischende Neuerung. Mhm. Über 80% haben gesagt, es war kontraproduktiv und hat den Gesamteindruck des 29.08 kaputt gemacht. Denn wir hatten ja große, tolle, wirkmächtige Bilder, nämlich hier die Siegesäule. Mhm. Aber die kamen dann nicht mehr, sondern es kamen nur noch diese 400 Leute vor dem Reichstag. Mhm. Also gerade wenn man jetzt denkt, man will wirkmächtige Bilder erzeugen, äh... War doch der Plan eigentlich, ähm... nicht zu Ende gedacht. Naja, nicht wirklich, ähm... Weil das vor der Siegessäule, da sieht man halt dann erstens, ja, Menschen, aber da fehlte der politische Hintergrund. Und wenn du auf den Reichstagstreppen bist, dann gibst du ein politisches Statement ab. Das ist eine andere Liga. Ja. Das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Bild, was in die Welt rausgeht, als jetzt denn da, ähm, um die Siegesäule. Das könnte auch ein Lockport sein oder meinetwegen auch irgendwie Marathonlauf oder sowas. Da werden ja permanent irgendwelche Partys gefeiert. Und so war dann da auch die Stimmung. Wir sind ja selber auf der Straße 17. Juni lang gelaufen und haben festgestellt, hier ist mehr Party-Stimmung, aber das hat mit dem Politischen, das was wir eigentlich wollen und auch erreichen wollen, nämlich den Umstoß, die Abwicklung der, äh, der Regierung, ähm, das hatte dann, das kam da überhaupt nicht rüber auf den Bildern. Ich bin ja selber stundenlang da lang gelaufen. Die Menschen saßen da und hatten einfach, äh, es war ein Partyfeeling. Und so eine politische, ähm, Reaktion oder eine politische Aktion, wir gehen da mal auf die Treppen, hat auf jeden Fall mehr Wirkung als, äh, die, äh, 100.000 oder Millionen Menschen da auf der Straße 17. Juni, die halt einfach nur entspannt da gesessen haben, zwar dann auch von der Polizei bedrängt wurden, ohne Frage. Aber die, das was auf den Treppen passiert ist, wurde ja auch von den ausländischen Medien ganz anders wahrgenommen als bei den, von den Deutschen. Ja. Diese Intention, habt ihr nicht den Eindruck, dass auch die andere Seite, ich sag mal das Regime, versucht hat sozusagen eure Intention nicht zu blocken, sondern ins Absurde zu überdrehen und dafür auch V-Leute benutzt hat? Das, das kann durchaus sein, natürlich, na klar, die haben wir, es wurde ja selber gesagt, dass da eine Menge V-Leute im Einsatz waren. Das hat der Sprecher, glaube ich, vom Innensenator gesagt, ja? Genau, genau, richtig, das hat ihr da gesagt bei der Bundespressekonferenz. Und eure eigenen Recherchen über, äh, mögliche, äh, V-Leute? Ja, die haben uns das dann halt dann auch bestätigt, tatsächlich. So, und es gibt auch Videos, wo halt immer Menschen in meiner Nähe waren. Wie gesagt, ich bin ja da, äh, auf der Straße 17. Juni gelaufen, wurde dann dann auch mehrfach dann dann gefilmt, auch wie ich mir die Megafund in der Hand war. Und da waren immer Menschen irgendwie bei uns in der Nähe, die dann nachher irgendwie als, äh, V-Leute identifiziert wurden. Ich habe die Videos leider nicht gesehen, wurden mir noch nicht gegeben. Natürlich kann das sein, dass das auch von den V-Leuten irgendwie benutzt wurde. Und könnte es auch sein, dass in den Gelbwesten Berlin, ähm... Es könnte durchaus sein, dass wir da auch denn, äh, V-Leute eingeschleust haben. Ja, natürlich. Oder der, dieser, so genannte Marcel, äh, der, der dich bedrängt hat, äh, mit dieser Tram-Story, äh, habt ihr dazu mal recherchiert? Also es ist so, dass wir natürlich jetzt recherchiert haben, logisch, ähm, und wir haben einiges auch rausgefunden, tatsächlich. Also dieser Marcel scheint tatsächlich auch ein V-Mann zu sein. Genau wissen wir es nicht. Also ich möchte auch nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen, aber unsere Recherche hat schon ergeben, dass da irgendwas ganz schön schiefläuft. Im Nachhinein haben wir auch noch erfahren, er nennt sich auch, äh, John John oder, ähm... So wie John John Kennedy. Kennedy, ja genau. Kennedy, also er gehört zur Familie der Kennedys und so weiter. Ist auch tatsächlich relativ zeitgleich in Berlin angekommen mit, äh, mit, äh, Robert Kennedy. Und, ähm, ja, auch bei den Gelbwesten Berlin, wo ich übrigens nicht zugehöre, ähm, ist auch aufgetaucht, dass ein V-Mann da drin ist, ne? Ich hab jetzt den Namen leider nicht mehr. Wie nennt er sich? Ähm, der, meinst du jetzt den Kai-Uwe-***? Genau. Kai-Uwe nennt er sich wohl und, ähm, ne? Das sind alles so Sachen, wo ich mir auch im Nachhinein denke, ja, da ist irgendwie noch was viel Größeres abgelaufen, was wir überhaupt gar nicht überblickt haben. Wo ich tatsächlich einfach zugeben muss, das ist uns nicht aufgefallen, das war uns nicht bewusst, es war einfach, wir sind da reingeraten. Also ihr habt versucht, euer Spiel zu spielen und habt nicht daran gedacht, dass der Gegner, äh, sozusagen euch in sein Spiel einbauen könnte. Ja. Und, ähm, ich meine, es hätte wirklich schlimm werden können, äh, wenn die Demonst... die Treppenbesetzer sozusagen, äh, nicht so zurückhaltend gewesen wären. Ja. Es war ja kein Reichstagssturm, oder? Nee, nee, tatsächlich nicht, ja. Also es war tatsächlich so, ich hab ja nach der zweiten, also ich bin mit der zweiten Welle ja erst hochgekommen, weil ich ja noch von der Bühne runter musste und dann erstmal auch dieses Bild genießen wollte, so wie die Menschen da mit allen möglichen Fahnen oben gestanden haben und gefeiert haben und sich gefreut haben und einfach gejubelt haben. Ich hab das Bild einfach genossen und bin dann hoch und, ähm, saß dann auf der zweiten Treppenstufe von ganz oben und vorher hab ich aber in den Reichstag reingeschaut. Der war voll mit Einsatzkräften. Gerammelt voll. Gerammelt voll. Zur Polizei. Ja, ne, 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 nehme ich an, dass es Polizei war. Es gibt ja da diverseste, äh, Gerüchte und so weiter, aber ich nehme an, es war Polizei, es waren Einsatzkräfte auf jeden Fall und, ähm, was ich betonen möchte, das sieht man auch auf einigen Originalvideos, die nicht von den Massenmedien irgendwie zerrissen wurden. Ähm, man sieht da diverse Flaggen, die, äh, auf den Massenmedialen Fotos weggeschnitten wurden und man sieht ganz definitiv auch auf den Videos die drei Polizisten, wo ja nur zwei wirkliche Polizisten, oder es waren drei Polizisten, wo der eine halt ein Schauspieler ist. Zusätzlich. Zusätzlich noch, ähm, diese drei Polizisten und die Frau, die aus dem Reichstag rausgekommen ist, wo keiner weiß, wer das überhaupt ist, ähm, als die rausgekommen sind, habe ich reingeschaut und habe diese Masse an Einsatzkräften gesehen und habe nochmal auch oben gesagt, bleibt bitte friedlich. Und dann sind Polizisten rausgekommen aus dem Gebäude und haben den Menschen, die hinter mir saßen, quasi in der ersten, auf der ersten Stufe, haben die ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas direkt in den Rücken getreten. Haben uns sofort mit Reizgas behandelt und haben uns einfach die Treppe runter geschubst, sodass der Polizist, der mich aufgefangen hat, weil ich gegen ihn geflogen bin, ja, ich bin über andere drüber gestürzt und bin dann von Polizisten noch aufgefangen worden, weil sonst wäre ich mit dem Kopf zuallererst auf den Boden geknallt. Und der hat seine Kollegen von oben, der hat so gemacht und hat sie gestoppt und hat, ich habe ihn auch nur angeguckt, ich sage, was soll das denn hier? Wir machen doch nichts, wir sitzen doch bloß hier. Ne, das habe ich nicht verstehen können. Tatsächlich, diese brutalste Gewalt, die da uns angewendet, äh, gegen uns angewendet wurde, das war einfach, das war nicht rechtmäßig. Äh, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt jetzt im Gespräch, äh, das habe ich selber auch noch nie vorher gehört, äh, dass, ähm, erstens starke Einsatzkräfte im Gebäude massiert waren. Ja. Ich dachte immer, die zusätzlichen Einsatzkräfte seien von der Seite gekommen. Auch. Offensichtlich auch von innen. Genau, beides, beides. Und es stand, als wir hochgegangen sind, kein einziger Polizist da oben, das möchte ich wirklich ganz klar betonen, es stand nicht eine Einsatzkraft da oben, keiner, gar keiner. Und das sieht man auf den Originalvideos von uns. Das, in einem anderen Interview hast du ja gesagt, ähm, im Grunde hättet ihr Signale von der Polizei empfangen, äh, dass sie euch den Weg freigeben wollen. Ihr habt das auch interpretiert als sozusagen ein Einverständnis von Berliner Polizisten mit eurem Anliegen. Aber, äh, viel näher liegender ist doch der Gedanke, die Polizei wird abgezogen, um euch in die Falle zu locken. Also tatsächlich war es so, ich wollte dieses Bild haben. Ich wollte einfach der Welt zeigen, hey, auch wir Deutschen haben einfach die Schnauze voll. Das ist auch das, was ich auf der Bühne gesagt habe. Lasst uns da oben friedlich hinsetzen, friedlich auf die Treppen setzen, meine Worte, um der Welt zu zeigen, dass auch wir Deutschen die Schnauze voll haben. Das war die Intention dahinter. Und das haben wir erreicht. Die Bilder sind um die Welt gegangen und im Ausland, die ausländische Presse feiert diese Bilder. Ist natürlich klar, dass unsere Mainstream-Presse die nicht feiert, weil die Regierung diese Bilder nicht wollte. Das haben sie auch öffentlich gesagt. Das haben sie öffentlich gesagt. Das stand ja auch in der Bild-Zeitung ganz groß. Ganz genau. Diese Bilder wollten wir nicht haben oder im Tagesspiegel. Diese Bilder wollten wir nicht haben. Und genau diese Bilder, die sie nicht haben wollten, der Mainstream und auch die Regierung, haben wir denen halt geliefert. Ja, und dafür werden wir platt gemacht. Aber wenn die Schwelle zur Gewalt überschritten worden wäre, dann wären aus diesen Bildern, die vielleicht nicht nur negative, sondern auch positive Effekte hatten, dann wäre das alles völlig ins Negative umgekippt. Und ihr hattet ja keine Kontrolle. Ihr konntet ja die Menge nicht kontrollieren, oder? Nein, keine Chance. Nein, aber da habe ich auch darauf gehofft, dass die Menschen, die da hochgehen, jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber übernimmt, ja, so wie es sich gehört und einfach für sich selber entscheidet, bleibe ich friedlich oder gehe ich richtig auf die Polizisten drauf. Naja, aber du musst doch immer damit rechnen, dass wirklich V-Leute oder Agenten-Provokate hier drunter sind. Ja, muss ich gestehen, habe ich in dem Augenblick null drüber nachgedacht. War einfach nicht die Zeit dafür da, das war einfach viel zu stressig und anstrengend. Wenn ihr jetzt, du bist dann ja Einzelperson, ihr seid ja in der Organisationsstruktur, die Gelbwesten Berlin, dann waren noch andere Organisationsstrukturen vor Ort, zum Beispiel Staatenlos Info. Man muss doch in so einer Organisationsstruktur vorher bei so einer wichtigen Sache alles durchspielen, damit es nicht von V-Leuten ausgenutzt werden kann. Das muss man, sonst ist man doch fahrlässig. Ja, nun diese Aktion war nur von uns beiden eine Aktion. Die Gelbwesten Berlin hatten davon keine Ahnung gehabt. Genauso wenig wie QC übrigens. Genau, also es hatte niemand irgendeine Ahnung davon gehabt, dass wir das machen. Es war auch von uns eine spontan geplante Aktion. Und zwar im Sinne von spontan geplant, weil wir die Information bekommen haben, dass Trump ja in der US-Botschaft sein soll. Und daraufhin hat sich dann erst die Idee bei uns entwickelt, wir gehen jetzt dann nach oben zur Treppe, dass wir dann diese Bilder bekommen. Ja. Wenn ihr diese Fake News nicht bekommen hättet, dass Trump da ist, was hätte dann laufen sollen? Dann hätten wir wahrscheinlich gar nichts gemacht. Dann wären wir auf die Bühne gegangen und hätten dann da unsere Reden gehalten, so wie es geplant gewesen war. Es waren ja auch noch einige Redner dann da gewesen. Der Frank Radon zum Beispiel, der hat eine 40-Minuten-Rede vorbereitet. Ich habe mich darauf gefreut, auf seine Rede. Tatsächlich. Nur da uns ja dann gesagt wurde, ihr habt nur eine halbe Stunde Zeit, mussten wir, mussten wir dann natürlich relativ schnell auch reagieren. Eine halbe Stunde ist nicht viel Zeit. Also dieser mutmaßliche V-Mann oder vielleicht auch noch ein verwirrter Kopf, der hat euch gesagt, it's now or never. Genau. Trump ist noch eine halbe Stunde da. Genau. Und jetzt legt los oder ihr seid die Loser. Ja. Genau. Ja. Und er hat sich uns vorher so glaubenswürdig verkauft, dass wir das einfach auch erstmal geglaubt haben. Ja. Und haben denn diese Informationen leider nicht nachgeprüft in der kurzen Zeit, wie wir gesagt haben, okay, eine Überprüfung dieser Informationen dauert eine ganze Zeit, aber uns läuft halt die Zeit weg. Ja. Und deswegen haben wir das dann halt dann auch leider bleiben gelassen. Also, ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon älter. Also nicht so alt wie ich, aber ein bisschen, ein paar Jahre habt ihr auch auf dem Buckel. Ich käme nie auf die Idee, dass Trump wegen einer Sache, die ich jetzt gerade mit ein paar anderen mache, nach Berlin kommt. Also mir scheint, dass, ich sag mal, diffus in eurem Milieu auch so eine Stimmung vorherrscht, Trump als möglicher Befreier des deutschen Volkes, wo dann auch so eine Fake News von so einem V-Mann auf fruchtbarem Boden fällt, anstatt dass ihr dem Typen den Vogel zeigt. Hm. Ja, da müsste man ein bisschen weiter ausholen und anfangen mit, wo leben wir eigentlich? In welcher gerechtlichen Grundlage leben wir? In welcher Zeit leben wir heute? Das führt tatsächlich zu weit, aber warum sollte Trump genug zu tun da haben? Naja, Robert Kennedy war in Berlin und wer weiß, was die da unter Umständen noch ausgemauschelt haben. Ich meine, die haben jetzt die Chance vielleicht auch genutzt, da irgendwie sich mit der Regierung, BRD-Regierung zu treffen oder was weiß ich. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, warum er nach Berlin kommen könnte. Aber euer Ansatz ist schon, oder ich frage jetzt mal, ist euer Ansatz, dass das deutsche Volk sich wieder zusammenfindet und sich selbst, zum Beispiel über eine neue Verfassung, die Freiheit gibt? Oder ist euer Ansatz, dass die Siegermächte, Trump oder Putin oder beide zusammen, den Job machen müssen? Oder QAnne? Also im Grunde genommen, wenn man einen Vertrag schließt, braucht man zwei Seiten. Ich kann natürlich auch mit mir selber einen Vertrag schließen, logisch. Aber ein normaler Vertrag wird zwischen zwei Seiten geschlossen. Fakt ist, dass wir immer noch besetztes Land sind. Es gibt keinen Friedensvertrag. So, das heißt, wir als deutsches Volk müssen natürlich schauen, dass wir einen Partner haben, mit dem wir überhaupt einen Friedensvertrag machen können. Und das sind nun mal die Alliierten. So, ohne D können wir das nicht machen. Wir können keinen Friedensvertrag mit uns selber schließen. Einspruch. Einspruch, gut. Die Verfassung geben wir uns selber, natürlich. Ja, aber du sagst, man braucht einen Partner. Braucht man nicht. Das sieht man doch gerade in Großbritannien. Und unser wunderbarer Premierminister Boris Johnson sagt, okay, die EU will mit uns einen Dreck aushandeln. Dann sagen wir, ohne uns. Wir erklären jetzt selbstständig, wie wir das machen. Er hat das sogar noch ganz frech gesagt, wir brechen internationales Recht. Ja, aber ein wirklich souveräner Staat, der wir nicht sind, der bräuchte natürlich keinen Partner, sondern der würde sagen, bei uns, in unserem Gebiet, in unseren Grenzen, bestimmen wir, wie es läuft. Und bitteschön, wenn andere Soldaten hier haben, auf Wiedersehen, ihr könnt in 50 Jahren wiederkommen. Aber wir sind ja kein souveräner Staat. Und damit wir überhaupt erstmal in diese Souveränität reinkommen, müsste das deutsche Volk so zusammenstehen, was es nicht tut. Weil ganz viele Menschen in diesem Land einfach überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wo wir überhaupt leben. Dass wir nämlich keine Verfassung haben, oder wir haben eine, die aber ausgesetzt ist. Dass wir nach wie vor im See- und Handelsrecht leben. Dass bei uns das Kommerzrecht gilt. Das wissen aber ganz viele nicht, weil es sie nicht interessiert. Politik ist uninteressant oder es ist zu schwierig oder was auch immer. So. Und dadurch entsteht keine Einigkeit in diesem Land. Und dadurch, dass wir diese Einigkeit nicht haben, brauchen wir eine gewisse Unterstützung von außerhalb, um diese Einigkeit überhaupt hier in diesem Land hinzubekommen. Weil unsere Regierung ist nämlich leider kein Boris Johnson oder ein Trump oder Xi oder Putin oder sonst wer. Es ist halt die Merkel. Und das, mehr brauche ich da eigentlich zu zu sagen. Wir haben einfach keinen, der uns in der Regierung helfen kann. Okay. Das sind wir uns ja einig an dem Punkt, dass die Regierung natürlich das Spiel anderer Mächte spielt. Nochmal zu euch zurück. Ihr habt jetzt an einem sehr kritischen Punkt, an einem sehr wichtigen Tag, 19.8 Uhr, um 19 Uhr ungefähr, habt ihr die Initiative ergriffen. Was hat euch legitimiert? Oder anders gesagt, bräuchte eine Freiheitsbewegung nicht legitimierte Strukturen, um dann solche Tage optimal zu nutzen können, anstatt dass Einzelne sich selbst sozusagen ermächtigen. Weil diesmal ist es gut gegangen und ihr seid nette Leute. Das nächste Mal kommt dieser V-Mann und geht der auf die Bühne und sagt, hol die Knarren raus. Und das war ja auch bei den Gelbwesten. Die Gelbwesten hatten keine richtige Struktur, also konnten Linksradikale eindringen und die Bewegung kaputt machen. Das weißt du selber. Ja, das weiß ich leider. Ja, also wir haben bei den Gelbwesten Berlin haben wir keine Struktur. Wir sind alle auf Augenhöhe. Jeder macht halt das, was er am besten kann. Der eine macht die Homepage, der andere, der kümmert sich um die ganzen Veranstaltungen, Schräg-Schräg-Demos, was wir dann da anmelden. Und die anderen, die machen halt dann die Bilder und stellen die anderen online oder irgendwie sowas. Also jeder tut halt, was er kann. Und deswegen sind, wir sind halt einfach Menschen, die sich treffen, die sich zusammenarbeiten und dann einfach gemeinsam auf das Ziel raufgehen, nämlich die Abwicklung der WAD. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und dass wir uns dann auch noch privat kennenlernen und dann auch mögen, ist ja auch dann legitim. Und so entstehen dann halt auch verschiedene Ideen, wie jetzt am 29.8. Wir haben uns ja vorher getroffen am Bismarck-Denkmal und sind vom Bismarck-Denkmal durch das Brandenburger Tor dann zur amerikanischen Botschaft gelaufen, auch geschlossen als Gruppe. Was natürlich ziemlich schwer war, durch die Querdenken dann da durchzulaufen, aber es hat ja irgendwie dann funktioniert. So, aber um deine Frage eingangs nochmal zu beantworten. Wir wollen ein freiheitliches, souveränes Deutschland mit dem Ziel, nachher tatsächlich den Weltfrieden zu bekommen. Denn wer sich die Geschichte der Welt und von den Deutschen genau anguckt, wird auf den Punkt kommen, dass wenn Deutschland den Friedensvertrag mit den 53 Ländern hat, die im Zweiten Weltkrieg und gegen Deutschland im Krieg waren, dann herrscht Weltfrieden. Und das ist natürlich vom System nicht gewollt. Wie soll es weitergehen? Seht ihr euren Kampf im Kontext der Querdenken-Bewegung? Oder war das nur eine zufällige Allianz 1. August, 29. August und jetzt geht man wieder getrennte Wege? Also ich für meinen Teil habe mit Querdenken überhaupt noch nie irgendwas zu tun gehabt. Ganz ehrlich, ich kenne den Michael Balbeck auch gar nicht. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Er ist ein interessanter Mensch. Ich würde mich gerne mit ihm mal unterhalten. Aber wie geht es für mich weiter? Also für mich persönlich geht es so weiter, dass ich mir jetzt eine neue Bleibe suchen muss und erst mal da verschwinden muss. Ich muss mein Leben komplett neu aufbauen. Und wie ich das mache, weiß ich nicht. Weil ich habe nichts mehr. Ich bin eh nicht die Reichste. Also ganz im Gegenteil. Und ich weiß es nicht. Ich stehe vor einem riesengroßen Loch und weiß nicht, wie ich da jetzt irgendwie drüber gehen soll. Ich weiß es nicht. Wie es für mich weitergeht, weiß ich nicht. Wenn die Leute kontaktieren wollen oder vielleicht die auch was spenden wollen, hast du einen Telegram-Kanal? Oder wie kommt man hier in Kontakt? Ich wollte jetzt einen YouTube-Kanal aufmachen, wo auch solche Videos reinkommen. Und ich werde einen Paypal-Link darunter setzen, was ich eigentlich nie machen wollte. Aber im Moment bin ich einfach nicht mehr in der Lage zu sagen, ich mache alles kostenlos. Ich habe es die ganzen Jahre gemacht. Ich bin seit 25 Jahren im Widerstand und habe die ganzen letzten Monate auch kostenlos die ganze Arbeit geleistet. Jetzt kann ich es leider nicht mehr. Also ja, wer mir spenden möchte, kann das gerne machen. Seit 25 Jahren im Widerstand ist interessant. Was hast du vor 25 Jahren, wie hast du angefangen? Wie ich angefangen habe? Och Gottchen, ich habe irgendwann gedacht, irgendwas passt hier gar nicht mehr. Und habe dann Sachen beobachtet und mir gedacht, also rein von meiner Logik her passt das mit dem nicht zusammen. Ich weiß nicht mehr genau, was es alles war. Aber was war dann die erste Demo? Oder was war die erste Gruppe, wo du mitgemacht hast? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war denn das? Das ist Anti-Atomkraft. Und ja, also diese üblichen Sachen, die man als Jugendlicher halt macht. Sogst du schon eher so von Grün-Links, kann man sagen, oder? Ja, ich meine, so in den 80er Jahren war das ja auch noch nicht Grün-Links-versifft. So, das war ja noch ein ganz anderer Inhalt. Das war, ne, so, ja, das kommen viele daher. Tatsächlich, ich kenne ganz viele, auch die bei der sogenannten alten Antifa, bei den Antifa-Menschen, die in den 70ern und 80ern unterwegs waren. Da sind ganz viele, sind hier in diese patriotischen Kreise gewechselt, weil sie einfach sagen, wir hatten damals das gleiche Ziel wie die Patrioten heute. Ist ja auch so. Also mit, ne? Du bist ein Ost-Berliner. Was hat dich politisiert? Tatsächlich bin ich auch in meiner Jugend, habe ich auch festgestellt, dass ganz viel nicht funktioniert. Ich war am 1. Mai auch unterwegs, wurde auch schon mit Wasserwerfern dann beschossen. In der DDR noch? Ne, ne, nicht in der BRD. Also warst du mit den Linken unterwegs? Ja, genau, ich war mit den Linken unterwegs. Also da, revolutionäre 1. Mai-Demo oder so? Ja, genau, richtig. Ja, genau, da so in, ne, genau, da vorm, ähm, na, in der Mitte halt. Genau, vor der Volksbühne war ich damals dabei, wie das dann mitgeräumt wurde. Okay. Ich kenne auch tatsächlich den Kultursenator, den Klaus Lederer. Kenne ich auch. Von damals. Ich war damals mit dem zusammen in der SJV gewesen. Das ist halt so ein Jugendgruppenverein von der Linken. Der hat sich dann damals dann gegründet, da war ich auch eine ganze Weile dann dann gewesen. Tatsächlich. Und was hat dich rausgetrieben aus diesem linken Sumpf? Ähm, erstens war es damals meine Zeit gewesen, die ich dann dann nicht mehr hatte. Und irgendwie ist das auch alles nicht vorwärts gekommen. Das war mir auch so, als wenn wir uns irgendwie im Kreis drehen. Das ging dann damals um Kastortransporte und AKWs und so ein Kram. Und das war nicht so ganz mein Thema. Und dann habe ich mich ganz viele Jahre lang nicht darum gekümmert. Und jetzt kamen die Gelben Westen in Frankreich auf. Das war dann auch so im Zuge, mit meinem Umzug dann zurück nach Berlin. Ich habe zehn Jahre außerhalb von Berlin gewohnt. Und war dann halt dann auch näher dran am Geschehen. Und irgendwann kam dann halt die Idee, ja guckst du mal einfach auf den Sonnabend, was da vor dem Reistag los ist. Und so bin ich dann zu den Gelben Westen dann angekommen. Und es hat auch tatsächlich bis Anfang des Jahres, hat es dann auch dann gedauert, bis ich dann überhaupt mal vor das Mikro gegangen bin. Und da habe ich gleich dann in einer Hammerrede an einer amerikanischen Botschaft dann da gehalten. Und da kamen Mitstreitern und haben gesagt, Alter, dass du so einen Scheiß hier raus hast, unglaublich. Der ist mir heulend in die Arme gefallen. Ja. Ja, weil ich dann da dann, ich habe damals tatsächlich ein Video gesehen vom Bitchbot Boy, wo der dann sagte, Mr. Trump, Mr. Putin, setzen Sie mithilfe der Amerikaner, mithilfe der Soldaten, setzen Sie diese Regierung ab. Und das habe ich dann da dann gebracht, diesen ganzen, dieses ganze, ja, das, was er dann halt dann da gesagt hatte. Und da habe ich dann auch dann ins Mikrofon aus Liebe oder mit Liebe, habe ich dann reingebrüllt, setzen Sie diese Regierung ab. Mehrfach, also dreimal, man muss ja alles dreimal sagen. Es gibt auch von der Polizei dreimal eine Ansage, bevor du dann geräumt hast, deswegen habe ich es dreimal gesagt. So, und so bin ich dann halt dann von der letzten Reihe einmal nach vorne in die Öffentlichkeit geschossen. Und seitdem bin ich dann auch fast hier der Mahnmache, sobald es meine Zeit dann halt zugelassen hat, war ich dann bei ihm Mahnmachen und habe dann da auch dann frei reden, dann angehalten zu diversen Themen. Ja. So, und so, wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange, dass ich dann sage, okay, ich kann irgendwie was politisch irgendwie bewirken. Weil vorher war bei mir auch so eine Politvertrossenheit, wo ich dann sage, so, alles Bullshit, egal, was du machst. So, aber jetzt haben wir halt neue Instrumente an der Hand und nutzen die dann auch dann komplett. Und man muss dazu sagen, dass sich die ganze Antifa-Bewegung irgendwann tatsächlich selber schon fast zersetzt hat. Es kamen dann die jungen Antifanten dann nach, die eine gewisse Aggression, eine Grundaggression schon an den Tag legten, die wir gar nicht kannten. und eine Radikalität, die ich nicht mehr gut gefunden habe, wo ich auch direkt gesagt habe, das ist nicht gut. Man muss dazu sagen, ich bin bei der Antifa nie wirklich richtig gewesen. Also, ich bin irgendwo angemeldet gewesen oder sonst was. Ich habe mitbekommen, wann Demos waren, bin dazu und fertig. So, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeiner Gruppierung angehört. Es ist tatsächlich so. Ich habe mich immer irgendwo mit reinbegeben, wo ich dachte, ja, das ist jetzt zielführend. Und weil ich eigentlich Gruppierungen überhaupt gar nicht mag. Ich gucke halt, was sind da für Menschen. Und wenn mir die Menschen gefallen, dann gehe ich da hin, weil es Menschen sind. Weil ich ein Mensch bin, weil da Menschen sind. Wir haben das gleiche Ziel für genau diesen Augenblick. Und dann mache ich da mit. So, das ist es. Das ist alles. Ich mag Gruppierungen überhaupt gar nicht. Ich bin nicht in irgendeinem Verein, war ich auch noch nie. Ich bin nicht in irgendeinem Kirchenchor, bla, irgendwas. Nein, verweigere ich mich tatsächlich gegen. Und irgendwann, wie gesagt, hat sich die alte Antifa von dieser jungen, nachrückenden Generation abgesondert so ein bisschen. Und tatsächlich haben wir dann auch herausgefunden, dass diese neue Antifa völlig zersetzt war mit V-Leuten, mit Staatsleuten, mit, keine Ahnung, Verfassungsschutz und was weiß ich, was da noch alles für ein Gesocks drin war. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die Antifa auch tatsächlich jetzt völlig in den Misskredit geraten ist und eine Söldnertruppe der Regierung geworden ist. Weil, wenn man sich die Antifa-Flagge anschaut, schwarz-weiß-rot. Hm. Flagge des Deutschen Reiches, schwarz-weiß-rot. Mit der Andeutung können wir das, glaube ich, stehen lassen. Da darf jetzt jeder selber nachprüfen. Das ist ja die Aufgabe von uns mit unseren Sendungen, mit unseren Publikationen. Die Leute sollen selber denken. Wissen ist eine Hohlschuld. Vielen Dank euch beiden, dass ihr gekommen seid, dass ihr die offene Rede geführt habt. Vielen Dank an die Zuschauer. Ich glaube, sie haben jetzt sehr viel Informationen bekommen, Kontroversen bekommen. Können sie jetzt wirklich, und das ist die Aufgabe, ein eigenes Bild machen über den 29. August am Reichstag und über die Protagonisten, die jetzt hier im Studio waren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.